Kriegt ihr? Sind wir laut genug? Ich wollte ein eindeutiges Nein hören. Also fürs letzte Lied habe ich für die Ansage ein bisschen zu lang gebraucht. Es lag allerdings daran, dass der Barkeeper ewig gebraucht hat, mir meinen Whisky zu bringen. Wer steht auf Whisky? Wer hat Whisky? Wer will Whisky? Ich habe gehört, Raffi gibt aus. Alright, Zeit ist Geld, Geld ist knapp. Aber der nächste Song, gewidmet mit dem Whisky, ist... Whisky Warrington!